Von Pottl Die sind scheiße Hier wohnt der Schlüpfer glaub ich Warte mal haut die mich? Ja die schießt dich an Lass auch mal seine bauen Dann ist die nicht aktiviert Dann können wir die einfach umrennen und mitnehmen Hallo Leute Herzlich willkommen zu einer neuen Folge At Time for the Beast Mit dabei habe ich den Den bitte Den bitte Bitte Hallo Und für die Leute die die letzte Folge nicht gesehen haben Wir haben eine Mining World Mittlerweile Warte mal ist die schon zurückgekommen Ne ist die nicht Aber wo sie hin Ah komm mal Baut für uns die Erze ab Dann haben wir uns noch Diamanten gebaut mit dem Minions Dome Unbedingt reinschauen Die Folge war nämlich sehr sehr geil Wir haben echt viel geschafft Muss ich sagen Ja das stimmt Und dann haben wir noch Kleines Überraschungs Eine kleine Überraschung David Ach jetzt der runtergebaut Ja Ich dachte die Baut sich kommt Also so schräg runter weißt du Nene Nene Guck mal da ist sie Nee ist sie nicht Aber guck mal hier komm mal hier wieder abbauen Ich mach keine Alsenspiegel Spitzhacke Ich hab eine Ich hab eine Ich brauch hier mal eben zu ne Das wir hier Guck mal was hier alles rumliegt alter Ja Ja hier ist ein Hier ist Ding Das Mini Ach das Lerns wahrscheinlich Guck mal man kann bei der Turtle Kann man immer schön Nachher aufräumen Das stimmt Guck mich mal hier so ein bisschen um Ich guck mal wie weit die schon ist Aber man muss aufpassen wegen Monstrum Oh oh hier ist die scheiße weit Richtig weit die Turtle Turtle Ja warte mal Hier ist links im Tunnel sehe ich gerade Oh hier sind Saphire Nein wie geil Saphire 1 Cent Saphire Wir haben Saphire Wir haben Saphire Wir sind Saphiren kommen zu Pickaxe bei Und Das ist gut Schöne Pickaxe Und ich weiß dass ihr gerade nichts seht Leute Tut mir leid Was fucken dabei Ne leider nicht Glaube ich auch nicht Denk ich jetzt auch wieder hoch Rush ich eben schnell hoch Damit ihr Nicht mal viel von der Folge verpasst Schauen wir mal hinter der Turtle dann auch ein bisschen Und ich weiß nicht Ja macht das mal Und ich weiß nicht warum Ich könnte euch heute einfach so ein richtiges Kotelett an die Backe labern Alter ohne Scheiß so ging es mir vorhin auch Ich bin so nach Hause gefahren mit dem Board Und mit Nick bin ich noch ein bisschen ein Stück mitgefahren Und ich fahre einfach so Also wir sind so gestratzt Und wir gehen einfach so nebeneinander Und ich labere ihn einfach die ganze Zeit zu Ich weiß gar nicht warum ich so viel geredet hat man Ich hatte heute wieder so ein Laber dran Ja und ich habe auch diesen Laber dran Und deswegen sind wir jetzt zusammen hier und um auf Korrekt Diagnose Und ich hoffe ihr habt einen schönen Freitag Weil diese Folge kommt am Samstag Stimmt Kommt am Samstag Heute war so schönes Wetter ne Ja man Heute war wirklich so schönes Wetter Es war wieder so warm Ja man das war schon echt geil War richtig geil Ich hoffe dass man bald Also in den Sommerferien ist es ja so Oh hast du dir eigentlich einen Timer gestellt? Also eine Uhr Nee aber danke für die Idee Wir haben uns keine Ahnung Ich habe es gerade gesehen weil mein Bildschirm wurde ein bisschen dunkler Ja ich habe jetzt Ich habe jetzt wieder neu gestartet übrigens Ja wir haben es drei Minuten aufgenommen Hahaha Glaube ich nicht so geschätzt Äh also 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 Ich habe es schon gemacht ne Brauchst du nicht Ja ich mache es trotzdem Reines Prinzip Dann gucke ich nämlich selber auf die So eine angeborene von mir Ist es grundsätzlich so Wenn die Aufnahmen drei Minuten läuft Dann will ich kurz stehen Und mache es den Teil Vollachtig ist Dingens Ich komme gleich mal unter Ja Nochmal Aber erstmal Mach ich mit Jordans Oh Ich mache dir gleich mal eine Rüstung guck Weil Ich fühle mich hier ein bisschen unsicher Ja Ein bisschen ja Was denn das leuchtende hier Oh 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 Äh Was sind meine Jordans? Green Xurom Irgendso ein PS Ding Korrekt Das ist glaube ich Aluminium oder so Kann das sein Ähm Ja Ich habe gerade alle Alle großen Kühl geschlachtet Alle? Nein 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 Wir haben noch zwei kleine Kein Problem Keine Ahnung Wir brauchen unbedingt ein bisschen Essen Also wir haben es zwar genug Aber ich meine Wir brauchen trotzdem ein bisschen Essen Das ist ein bisschen Fleisch Ist immer cool Zwischendurch Man muss ja auch mal Fleisch essen Korrekt Korrekt Absolut Warum habe ich ihn einmal dabei? Geil Weiß es nicht mehr Wow Und was ist das hier? Galena Ohr Okay Sieht aus wie Salz und Pfeffer Oh geil Ich habe die geilste Verzauberung Überhaupt Yeah Wollen wir nicht diese Woche Diese Woche Diese Folge mal Solaranlagen bauen Vielleicht Wenn wir dazu kommen Oder was hat man überhaupt geplant In diese Folge Ich weiß gar nicht mehr Ähm wir wollten uns Die zweite Meiningtotty bauen Genau Stimmt Deswegen bin ich jetzt eigentlich auch hochgegangen Äh Ich habe ja auch Parallel dazu mal gleich Solaranlagen bauen Ja mach das nur Das wäre echt geil Das wäre richtig geil Weil dann können wir endlich Den Generator An der Badbox anschließen Und die speichern nämlich der Energie Ja Das wäre schon Oder wir bauen Ich glaube die Ressourcen Haben wir zwar noch nicht Aber eine M Wer ist das Ding? MFU Was? MFU Also Das ist so eine So eine Speicher Ding Box Geil Okay Egal Egal Guck mal diese Bauxit Ohr Was ist denn Bauxit? Äh Ähm Bauxit Keine Ahnung Weiß ich Ey ohne Scheiß Ich muss die komische Story Der Welt erzählen Du weißt ja wer meine Englischlehrerin ist Ja Okay Und wir haben heute In der Schule Sollten wir halt im Workbook Was machen Ja Und äh Ja dann hat irgendwer was gesagt Ja Und äh Wir haben halt gelacht ein bisschen Und dann meinte sie so Okay Ich gehe jetzt raus Also ne Quatsch Sie hat nicht gesagt ich gehe jetzt raus Sie hat ihre Sachen gepackt Richtig böse Richtig ernst und so Ja Und ist dann rausgegangen Und hat gesagt Hier Mach du jetzt den Unterricht weiter Ich hab keinen Bock mehr auf euch Wie geil Richtig geil Und ich dachte Wir dachten alle so Was ist denn hier los? Alter Ne Warte mal Die Turtle verliert Sachen Äh ja dann ist sie voll Dann haben wir sie anscheinend Dann anscheinend doch nicht auf die Box Programmiert Aber das war jetzt nicht weiter schlimm sein Wir haben schon einen riesen Tunnel Also Stopp Ähm Nö Ja da musst du wahrscheinlich warten Bis die Bis der Rest Groß ist Das war jetzt Oh Ja ich hab ihn geschickt Mit Winnie Wie kann ich denn Der sagen Dass die aufhören soll Äh stopp Wahrscheinlich macht die jetzt ihre 500er voll Verdammt Äh warum Ne warte mal Mining 850 Items Ja aber die Die Dann nimm einfach die Items raus Äh ne Mein Inventar ist auch voll Ja ich komm runter Warte Ähm M M M Suche noch was Ach ja Redstone Genau Pack ich das hier in die Kiste rein Dann suche ich das direkt Dann nehme ich auch direkt ein Stonethorn mit Wenn ich jetzt bei dir war Dann passt sich das ja sogar sehr Das wäre sehr sehr geil Brauch mir eben hin Nicht im Teufels gefunden hab Und ich wechsel Auch bei uns So wir haben wir nichts braucht was Ich komm runter Der 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 Ach so zwei Wälder denn 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 der 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 Ich hoffe die Spacke Erlangen in der 1.000 kommen Ich hoffe nicht mal Denn das die Scheiß mal Ich hab die Fackel vergessen Ego Das ist ja wieder nur schnell Ich glaube ich hätte Oder Das wird zu wissen Ja ich habe was controvers Da drangelegt kann das nicht aufheben ja dann tausch mal gegen deine eisen pickaxe ist nämlich besser ich nehme jetzt einfach das ganze inventory daraus ja ich habe alles rausgenommen wenn wir wieder gehen wir wissen wann die jetzt zurückgeht das war uranium ich habe vorhin ja das war ein atom kaffee bauen ja kann man ich habe kartoffeln ich habe ich habe kekse aber ich noch aus der ersten folge man das weiß ich noch so komm jetzt machen wir einen 1000 items da ich will fertig werden aber es wird hoch aber warum ja ich werde ich bei 975 ja gut dann ganz schön noch mal erleben aber warte ich habe noch was anderes für dich um herkommen herkommen im game nein bin ich nicht ein fliege die jordans für dich ich nehme aber ich nehme aber die eisen kiste wieder am trocken platziert haben macht die zweite meinte und kommt runter halt dann müssen den weg besser bauen jetzt steht sie da wieder kommen aber zurück meinst du dass das geht er dann bau sie doch einfach ab und dann baue sie neu hin da hat die falsch programmiert da steht diese töte nicht das behindert muss man die mit der spitzhacke abbauen kann dann kannst du mit der spitzhacke abbauen sehr schön habe ich auch gemacht und sonst hätte ich die sticks weg ja macht das glaube ich schon lange kaputt ist dieser weg schon ziemlich lang ja aber ich habe schon wieder die dinge stones vergessen warum wir sind gut und für dich so lange dort ist mein jones aber ich musste nur noch schwarz färbel euch tintensack wiederum habe ich kennen alles gut wo ist das denn ich habe schon wir vergessen was ich suche das ist voll das problem hermann stein warum ist hier glas ich habe das glas geplant hat das laba da weg geht das laba wahrscheinlich kommt ihr nicht zurück weil die dinge jetzt vielleicht auch aufgebaut hast die kiste ob wir können jetzt mal testen ich mache die programmier gleich mal auf 1 und dann dann gucken wir mal das man manchen ob du da auch umgarten müssen die enttäuscht werden wird die uns gleich das nicht so gut ich kann explodieren ja das macht mega boom dann und er sagt boom gemacht dann ist ja wenn die wenn die beiden explodieren was ist denn weg die kisten auf jeden fall ich glaube die kisten sind dann weg auch die inhalte jeweils nicht ja keine ahnung und es hat deswegen sind die stone diese sterling engines auch wirklich besser weil ich glaube die können gar nicht rot werden ach sie hin weiß warum ich aber ich glaube dies beim beim boden angekommen was sein und auch wieder umsetzen ja dann habe ich echt angekommen weil die die sommer nicht mehr wir sollten uns irgendwie wegpunkte setzen bei den jettels bei den jettels sonst vergessen die ich würde sagen einige mir direkt an die oberfläche planen ja dann lassen wir erstmal das dinge ab genau jetzt erst mal alles weil ich soll ich das ja abbauen ja war da war da war da bin ich habe kein bock das darunter fällt ach so du willst ja jetzt sag bescheid dann noch die kümmer die kümmer die kannst du so lassen dann kann ich dann einfach dran bauen verlängern wir einfach oder wie er wo willst du die nächste hin bauen weiß nicht daneben die schalte dann auch darum passt das aber die ganzen ohre da rein einfach hoch leon hat einfach eine pickaxe auf 30 verzaubert hat mit drei bekommen das ist richtig geil vor allem auf dem tier pickaxe das ist mega geil ich habe jetzt alle angemacht und packen ohne kohle rein weil jetzt sollte jetzt funktionieren glaube ich ja funktioniert genau hat verlegt sehr schön okay dann setzt mir die turtle genau ich wusste ich muss schon wieder eine kiste ja ja ich habe angst das ist gar nicht recht gut 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 was die alle schätze sagen die alle schätze nehmen einfach zu jeder tattel mit das nur platz und weiß nicht wollen wir dann einfach einfach ein wartet das ich habe mir gerade eine gemacht ach so also ich programmiert immer ganz kurz da ist jetzt zeit weil der nicht aufnimmt so was machen wir jetzt in der zeit ich würde sagen wir zaubern aber eine runde runde machen wir mal die den harry potter harry potter herry potter wird jetzt auch ja okay die xd ist ein richtiges kiel ja weißt du v a t e und mal eins einfach naja ich brauche noch kohle die muss da rein ich bin gleich da dass wir eben nur wird ausbauen ja ich komme kohle und ist auch in den öfen kommen ja nicht kommen einfach kurz hin macht kohle und muss das nicht noch mal eingeben ich bin sofort da wo meine klassengruppe geht gerade ab alter 47 nachrichten in einem chat und zwar meine klassengruppe halten sie sich man kann sein streiten sich über die englischste wahrscheinlich aber für mich die probieren viel 60 kohle mit dem ding gefunden geil sehr schön recht sind die torte reinpackung einfach da kommt rein und ich habe aus dem jeder gemacht nein ich sitze ich habe dann eher aus dem oder habe ich gesehen 6 c a v a t e 1 oh man oh jetzt geht die runden ja ja also warte 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 so ist glaube ich sogar besser wenn ihr da unten geht die gerade runter ja oder baut die da unten was ab die geht gerade runter ist gut ist das schlecht weil sie nicht weiß auch nicht egal dass ich weiß es nicht ich weiß gar nicht ob die nach hause kommt wieder ja ich denke mal wenn ich schon mit ihr einfach dachten tropfen ja runter baut hier eigentlich dingens ab was glaubt nicht oder hier hat er denn den enstein das hatte ich immer den heißen bett und nein macht sie genau das gut genau ich wollte noch zu ende aber nicht nur das können wir könnten eigentlich das jetpack hier könnte ich mein nether portal machen wir haben eins gebrochen echt ja das steht da das steht beim gemeindehaus daneben das haben wir also ich habe beim gemeindehaus wollte ich auch noch vorbeigucken ja da kannst du mal auf die anderen grundstück warte ich führe dich mal ein bisschen rum ja noch mal das ist ein iron transformation ok warte ich komme zum eingang so wir sind jetzt übrigens mit falco eine allianz wir gehen den ganzen server haben wir ja 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 lasst uns helden sein das habe ich in der vorletzten folge auch schon gesehen lasst uns helden sein ok hier haben wir falcos grundstück ja das hat sich ganz schön ausgedeht dann hier damit declo ich glaube der waschen seit keine ahnung ich habe alle nicht mehr gesehen seitdem erst auf der denn hier nach bieten wollte ich auch noch züchten aber ich habe mich später erst mal zu weil die bauen glaube ich auch sogar für dich ab dann setze ich mich dann mal die tage auseinander hier haben wir den bugi hier links das weiß ich auch noch mit dem mode partei aber der hat ja auch so lustig aber guck gubi ist ja auch noch nicht so weit also ich glaube wir sind die weitesten wir sind die weitesten ja ich kann der name immer noch ganz essen in der kiste oder cool geile kannst du jetzt welche kiste hat es am brustpanzer machen ich habe mir den brustpanzer nein spaß ich weiß einfach mal alles drüber irgendwer hat auch irgendwie kann das denn was dann komm mal ja siehst du das hier sind einfach nur so platten ja das die machst du hier ist das ist ja das machst du mit seiner speziellen säge da kannst du die blöcke mit zerkleinern ja die haben wir auch oben die habe ich erst so das stimmt habe ich gesehen gibt es ja diese diese hänzer das hier und dingens was steht hier und ich liebe hier und die serve wie die kleine unterstützung für dich falko rp das haus finde ich auch ganz cool der baut auch so ein ding ist ja das ist ja da muss ich erst mal reingucken das sieht schon sehr warte ich komme mit ob wir gucken die monstern das ist aus der leichte ja das haben wir auch gekriegt haben wir auch geschenke kriegt also generell alle haben irgendwie diamanten geschenkt irgendwer diamanten gespendet und wahrscheinlich glaube ich nicht hier haben wir noch mal das immer den aufzug hier haben wir ja die wege so was steht eigentlich in der bläden bläden auf die lege ein bisschen gepimpt der hat das hier so gemacht dann ja freche typs auch da genau genau wir haben anthony heißt er der ist neu der hat bei falko in die kommentare geschrieben dass er gerne mitmachen möchte und der montier also hier leute können alle abonnieren da jetzt rampage sieht ziemlich mega aus muss ich sagen ja hier ist das portal hinter dir dann auch hier über eine weg gesprengten scheint hier wohnt semmel das haus ist richtig ich will man ich will das haus von schlüpfer sehen aber lass er lasst das muss ich galt verpackt da steht so der ding ins dörtel von von potter diesen scheiße hier und schlöpfer glaube ich war mal haut die mich also ja die schießt sich an das auch seine baul denn ist sie nicht aktiviert dann können die einfach umrennen und mit hast du hast sie gekriegt ja gut wenn du sie jetzt aufstellt und dann kannst du kann nämlich abschießen ich dachte gerade du müsstest die einfach mal jetzt hier so hinstellen einfach hier so in die türe an die heißen die türen wie sie schießt sie denn die fände ob sie lasst sie auch mal bauen und hier und ding ins ding ist hier und schlöpfer hier wollen die glaube ich der ohne scheiß der typ hat die geilste lache der welt ja habe ich noch nicht gehört deswegen am anfang war es nicht dabei doch ich war dabei aber ich habe ich habe die verpasst anscheinend also ich glaube dass sie hier wurden weiß ich warum haben ihnen alle noch ihre diamanten nicht weil die anscheinend keine ahnung wir sind ja in der woche keine ahnung wir sind fast jede folge frisch auf wirklich das stimmt wie man sagt muss man sagen du sollst also so früh wird sich so frisch wie möglich und also ich würde sagen ich habe irgendein geiler film glaube ich noch heute kommt auf jeden fall fußball das interessiert dich nicht so wirklich nicht wirklich ja ja also keine ahnung dann ist das kommt irgendwie immer und dann sagst du bitte was vom geile film weiter morgen kommt ein richtig geiler film das weiß ich wer kommt da sollte die erste episode man was da was da ist geist legendärste ist aber richtig geil ich liebe star wars ohne witz jetzt genau ein bisschen hunger ja die ist wieder da wieder oben hat er jetzt reingelegt ja sehr schön okay dann das ist etwas falsch gemacht hat sie hat sie mitgebracht ja dann auch schwer die kohle auch aber was haben wir dann falsch gemacht eben jetzt muss ausprobieren kommen wahrscheinlich habe ich einfach zu viel dinge eingegeben aber ja weil ich gegenseitig einfach auf aber das problem ist ja ich würde sagen die stämme genau bei unserem haus als beim bewertsachen auf ich platziere wenn man immer mal so eine so eine so eine so eine dinge ist ja mensch ich hab jetzt angst hat so eine dinge und zwar hier ja weil ich habe mich bei den gruppen hier hast du die andere auch ja die schützen unsere ärzte problem ist wir werden beide abgeschossen also einer von uns beiden wird abgeschossen werde ich jetzt auch abgeschossen ja wahrscheinlich oder von meiner aber von meiner aber leider schießt es die ganze bude das ist uncool aber wir können die anderen trollen wirklich voll unten nehmen wir das bei denen da rein bringen jetzt ja das ist ja kannst du mir vielleicht noch mal so eine so eine ich würde sagen wir machen gleich einfach mehr in der nächsten folge leute und ich würde sagen hau rein lasst eine bewertung da eine positive bewertung eine negative bewertung schreibt was wir noch besser machen können und hau rein leute ciao du hast noch nicht genug von dieser aufnahme von diesem kanal dann abonniere uns doch einfach und lass ein like da und ich würde einfach sagen hau rein und ich wünsche dir noch einen wunderschönen tag